Und auch die Filmeinspielung bzw. die Einspielung der Titel seines wahnsinnigen Werkes von 500 Titeln in 50 Jahren. Da waren sehr viele sozialgriechische Werke dabei, war quasi ein sozialer Revolutionär, hat sich gegen den Krieg eingesetzt. Und unsere Jury hat etwas ganz Besonderes entschieden von Cinema for Peace, die überraschend von dem Maestro heute. Und in diesem Zusammenhang möchte ich zwei Ehrengäste auf die Bühne begrüßen, die eine besondere Ehrung für Maestro in der Maurykone vornehmen werden. Bitte begrüßen Sie, stellvertretend für die Nelson Mandela-Familie, den Enkel von Nelson Mandela, Quico Mandela, den Filmenhaft Quico Mandela. Und unsere Golden Globe-Gerinnerin, Nastasja Kinski. Wow, Alter, ist das geil! My grandfather would always say, music made him feel at peace with the world. And tonight, I think, Maestro, you made all of us feel at peace with the world. Woo! Woo! I think you've always fallen like you. You've set a standard for music with your over more than 500 scores for motion pictures and television. You've made us cry. You've made us laugh. You've made us love. And at times, you've made us angry. But you've always made us feel. But you've always made us feel. And for that, we thank you. Woo! 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 I'm listening. I'm listening to your amazing music. That's exactly what I felt. It was the world coming, coming together. Normally, there is a film and then the film, normally, yes, normally there's the film and then music follows. But you were the first revolutionary to compose first the music and then the film follows. The world's greatest directors, such as Bernardo Di Bertolucci, Sergio Leone, work with you. In this way, artists like Robert De Niro listen to your music first before acting in the mission in Novecento, 1900. You are a true inspiration to all of us and the master of this century. Woo! 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 Meine Damen und Herren, bitte erheben sich für die Ehrung für den größten Filmkomendienst des Jahrhunderts, Radio Molekum. Woo! 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 Grazie, maestro! Grazie. 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 Vielleicht ein wenig übertrieben. Ich behalte Sie gerne. Ich bin sehr dankbar. Ich bin einer, der viel gearbeitet hat. Und der auch viel produziert hat. Nicht nur Musik für Kino, sondern auch andere Musik. Si. Teatro für den Publikum. Wuhuuu! En ja, te amo! Grazie! Grazie a tutti! Grazie, Maestro! Grazie! Und vielleicht gibt es noch eine Zugabe. Vielen, vielen Dank! Wuhuuu! 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 Musik 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 Grazie! Applaudissements Woohoo! Applaudissements Woohoo! Woohoo! Applaudissements Woohoo! Applaudissements Woohoo! Woohoo! Applaudissements Woohoo! Applaudissements Manchmal ist ja witzig, aber auf die Dauer nervt. Sorry. Applaudissements Jrakö unemployed Rundle Rundle Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bravo! Bravo! Applaus 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 Amen. 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 Grazie! Danke schön. Amen! Amen. Vielen Dank.